Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge unseres Weihnachts-Adventskalenders, ich hätte fast Minecraft gesagt, heute mit dem Spiel World of Warplanes zusammen mit Let's go, Roddy. Mit was spielen wir? Mit dem Level, mit dem Stufe 4 Deutschen? Das ist ein Jäger mit dem Stufe 4 Russischen Bomben, aber nee, ich bin kein Bomberfam mittlerweile mehr. Mit dem Stufe 4 Amerikanischen Jäger, Stufe 4 Japanischen oder Stufe 3 Englischen. Ach, nehmen wir die Deutschen. Äh, bin ich dumm? Ach, da unten ist Gefecht. Mein Gott. Ich hab Gefecht nicht gesehen. Okay, okay, jetzt bin ich dumm. Nice. Zeit für den Krieg! Oh Gott, da kommen sie. Ich geh auf Old, But, Tough. Alter, wie weit oben ist der Junge? Okay. Da drücke ich den Damage, komm! Okay, ich dreh ab. Ich brauch den hier. Ja, natürlich, 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 natürlich. What? Ach, ich hätte von Old, But, Tough nicht ablassen sollen. Der kleine Mizzet, Alter. Der kleine Mizzet, Alter. Jetzt bin ich hier hin. Die Runde wird besser. Kurz was zu trinken aufmachen. Oh Gott. Okay. Nee, ich bin lieber im eigenen Gebiet. Ist der da oben oder da unten? Ich habe noch fast nichts gerissen, das tut weh. Oh verdammt, der wurde vom Gegner erobert. Heißt, ich bin in einer kompletten Suizid-Mission, oder? Ja. Boah, das Ausmanövrieren. Komm, ich kündige mich noch. Easy. So, jetzt erstmal aus der Flug-Luftabwehr raus. Oh, da kommen welche von rechts, ich bin raus, Digga. Schön flach über dem Boden. Schön von ihm abdenken. Und auf Unterstützung warten, da wo ist sie auch schon. Und schon könnte das Gebiet wieder uns. Jawohl. Oh ja, das wieder den Deutschen. Ja, komm, 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 komm. Nee, lass mich deinen Partner noch töten, bevor du mich tötest. SALIS Wow! Oh, это... ... ... Komm her, du. Komm her! Nein, 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 nein! الإ Schlägerus hat eruxinyo 42-Mission, das genommen sich macht kleiner. Ich hatte es so schön überlebt, Alter. Er hat abgebremst, um hinter mich zu fallen. Oh Gott, da fliegt der Rakete. Warte, seit wann gibt es Raketen? Ja, genau, ich schieß einfach. Oh Gott. Ich werde auch Raketen starten, wenn ich sete. Ja, genau. Wir müssen das Ruderloch herumreißen. Ich würde überlegen, halt, überlegen, halt, erreicht. Die Kontrolle über den Eishautsraum ist verloren. Der Krieger ist erst verloren, wenn ich es sage. Den muss ich bekommen. Idiot. Scheiße, auf die Flucht. Ja, stürz ab. Verdammt. Der Sefa ist tot. Ey, du kommst mir nicht davon, Alter. Oh Gott, ich weiß mal sofort. Uh. Seid doch. Kleiner Hund. Boah, ich... Da wird er mir übel. Komm doch her. Ja. 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 Der Fall sitzt da drin, ne? Das ist Pilot. Nein, war anders krank. Nein. Was? Wie? Gehst du mir da? Oh, man darf, Alter. Wie geht euch? Sie werden entkürfen, keine Unterkastung mehr hat. Warum immer eher? Warum immer eher? Was ist das mit dem? Das... What? Oh, lol. Ey, wie kann der allein das... Jetzt starten die schon wieder, ne? Ich starte hier rein, komm. Kann ich das überhaupt... Nee. Okay, rechts ist... Das ist enttäuschend. Rechts ist Old But Tough. Den lasst du mir mal... Hey, du fliegst nach links. Ja, so flieg ich nach links. Erst ab, wir das wieder rumgerissen haben. Da vorne ist einer. Was zur Hölle? Wo kommen die hier? Der steuert auf mich zu. Okay. Ne, er ist tot. Nein, jetzt gehört es ihm. Ich dreh ab, das reiß ich nicht. Das kann ich nicht schaffen. Alter, aber erst mal nochmal eine Rolle machen. Und jetzt gehört alles ihn. Ich bin raus, ich muss... Komm, ab nach oben. Es ist Zeit für den... Es geht los. Hashtag bis Weihnachten wieder zu Hause. Ja, du kommst mir nicht davon. Ja, da haben wir ihn. Jawoll. Alleine unter 20 Fliegern, Alter. Es ist unmöglich. Mann, ich war mir so gut, Alter. Mit 13 kills, 13.000 Punkten, Alter. Ah Gott, Flugzeug zerstört. Feindflug kann nicht gestartet werden. Ich habe alle meine Flieger verbraucht. Wo ist Oldbuttgold? Wo ist er? Komm, wo ist er? Nein. 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 Aber 2000 Punkte? Nice. Verdammt. Ah, ich spüre das Fliegerblut wieder durch mich fließen. Ich muss das Spiel wieder öfter spielen. Der Himmel. Nein, ich hatte einen. What? Das ist ein? Das ist... Ich glaube, das ist zwei. Ich habe doch am Anfang... Ist das... Wo ist die... Wo ist die Zusammenfassung, Alter? Wo ist der Teamerfolg? Wo stehen die... 15 hat... Da! Das war immer ich. Immer war ich auf Platz 1 mit so vielen Punkten. Ja, ja. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Oh... Oh... Sektorverteidigung. Ich weiß nicht, mein... Ich weiß nicht, mein Landverteidiger. Dankeschön. Halt die Schnauze. Wie lange geht die Folge? Das kann ich dir gerne sagen. Die Folge geht... 12 Minuten. Perfekt. Ich bin verwirrt. Das ist das. Hä? Hä? Kann ich mir den holen? Stufe 5? Jo. Wer hat der Deutsche Rüstet auf? Wäre ja mal was Neues. Ich habe nicht genug Geld. Mir fehlen fast 200.000 Coins. Ja, das geht ja. Wollen wir einfach nur mal einen Neuverwechsel. Oh Gott. Was kann ich denn für 70.000 Coins kaufen, Alter? Was wollen wir denn? Ich will ja kaufen. Willst du überhaupt was kaufen? Oder willst du sparen? Wir hier nur Deutsche sind. Okay, hier sind die Russen. Das war auch schon mal übersichtlich. Hier sind die Amis, die Briten. Die Chinesen? Ja. Oh, Franzosen gibt es hier jetzt krass. Polen? Das erkenne ich hier. Das Polen hat die Flugzeuge? Schweden! Oh, der ist Stufe 8. Oh. Das ist ja sehr... Schön, dass Deutschland und die SSE... Das war doch mal viel übersichtlicher. Du bist einfach nur alt. Das ist ein Special Flieger von den Schweden. Oh mein Gott, das ist einfach wirklich ein Special Flieger. Was soll ich denn das? Warte, ich gehe nochmal drauf. Was hatten die Schweden noch nicht? Das ist ein Meerzeugflieger. Also, what the fuck? Ja, das ist ein Premium Flugzeug. Das Ding, ich sehe immer anders krank aus. Wie kann man darauf das Wurst zu bauen? Eins, der Fall. Na ja, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wir haben es nicht geschafft, unser Land, unser Gebiet zu verteidigen. Scheint über uns. Lasst ein Like unten. Lasst ein Like unten, aber wenn es euch gefallen hat, seid gespannt auf die nächste Folge unseres Adventskalenders. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.